Bevor ich meine Implantate bekommen habe, habe ich sehr viel Musik gemacht, also Musik war wirklich mein Leben. Ich habe eigentlich in 2010 mein linkes Ohr verloren, also seit 2010 habe ich mit meinem linken Ohr sehr schlecht gehört und dann in 2018 habe ich dann auch plötzlich mein rechtes Ohr verloren. Also bevor ich Cochlea Implantate bekommen habe, habe ich dann kaum was gehört. Bevor ich Implantate bekommen habe, konnte ich die Musik gar nicht hören und gar nicht genießen. Ich wollte Cochlea Implantate, weil ich gewusst habe, dass ich ohne Cochlea Implantate nicht mehr hören kann und ich wollte einfach wieder kommunizieren können und eventuell auch wieder Musik machen können. Die Cochlea Implantate haben mein Leben komplett verändert. Also ohne Cochlea Implantate wäre mein Leben heute komplett anders. Ich kann die Musik wirklich wieder erkennen und ich höre auch mehr und mehr diese Kleinigkeiten und die Feinheiten, die die Musik hat. Aber ich lerne immer noch und die Musik klingt für mich jede Woche und jeden Tag ein bisschen besser. Ohne Implantate könnte ich nicht mehr singen. Ohne Implantate wäre wäre ich keine Sängerin mehr oder Musiklehrerin. Also ohne Implantate hätte ich keine Karriere mehr. Meine Gedanken, bevor ich wieder auf der Bühne stehe, sind sehr gemischt eigentlich. Einerseits habe ich schon in meinem Leben so viele Konzerte gesungen, aber diese Sicherheit habe ich dann kurz komplett verloren und ich musste alles wieder neu lernen. Ich war wieder eine Anfängerin und ich musste wirklich wieder neu hören lernen, neu Musik hören lernen und deswegen bin ich sicher mehr nervös als vorher, aber ich bin auch so dankbar und diese dankbarkeit ist glaube ich am stärksten dann doch, dass ich überhaupt wieder singen kann und dass ich überhaupt wieder auf der Bühne stehen kann und das ist wirklich, das ist schon ein Wunder, das hätte ich nicht gedacht. Musik ist sehr wichtig für mich. Musik ist sehr wichtig für mich. Ich habe Musik verloren. Mit den Implantaten habe ich die Musik wieder zurückbekommen und jetzt merke ich, dass die Musik einfach mein Leben reich und schön macht. Ich verbiete meine Freizeit viel in der Natur, weil wir hier am Land leben. Also ich gehe sehr viel spazieren und im Sommer auch schwimmen und ich lese sehr viel. Aber wenn ich Freizeit habe, dann versuche ich auch, dass ich regelmäßig in die Stadt komme, dass ich ein bisschen Konzerte besuchen kann, ins Museum gehen kann, vielleicht ins Theater, weil ich brauche auch Kultur und Menschen. Wenn man schlecht hört und Musik macht, wäre es wichtig, dass man manchmal einfach loslässt und einfach die Musik genießt und nicht zu viel denkt, ob man jetzt richtig oder falsch macht. und einfach die Musik genießt und einfach die Musik genießt. I'm a long way from home.